Was ist das Bild? Das ist schon vor 20 Jahren entstanden, das Bild. Und zwar war das ein schöner Hintergrund, haben wir gedacht. Und der Turm war von einer Postkarte. Und ursprünglich wäre das mit Untertitel gewesen und noch immer keine Fußgängerzone. War geplant. Aber ja, okay, jetzt nehme ich es runter. Ah ja, das ist das gute Stückchen.